Hallo, ich bin Timo und 25 Jahre alt. Seit 10 Monaten wohne ich in Langenhagen. Davor habe ich in der Schweiz gewohnt. Darf ich gewählt werden? Hallo! Hi, ich heiße Emma und komme aus Frankreich. Ich bin 60 Jahre alt und wohne seit 3 Monaten in Havese. Was denkt ihr? Darf ich gewählt werden? Oh ja! Hey, mein Name ist Lisa und ich bin 18 Jahre alt. Ich habe früher in Russland gelebt und wohne jetzt seit 2 Jahren in Gabsen. Darf ich gewählt werden? Oh ja! Hi, ich bin Enric und bin 19 Jahre alt. Ich habe früher in Spanien gewohnt. Nun wohne ich aber schon seit 17 Jahren in Gabsen. Was meint ihr? Darf ich gewählt werden? Oh ja! 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 Untertitelung. BR 2018